Sag mal, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einem sportlichen Integralhelm und einem richtigen Racinghelm, so wie ihn die Rennfahrer tragen? Oh, da gibt es einige, zum Beispiel die spartanische Ausstattung von Racinghelmen, denn Sonnenwieser, nö, Bluetooth-Vorbereitung, nö, besonders leise, auch nö. Oh, das klingt ja gar nicht so gut, aber wo sind denn dann einfach die Vorteile von Racinghelmen? Sie sind super leicht, die sind extrem aerodynamisch und die Optik ist in der Regel auch richtig cool. Ah, okay, also das, was er können muss, das macht er dafür dann richtig, richtig gut. Das ist ziemlich gut zusammengefasst. Genauer schauen wir uns das Thema auf der Plattform an. Dessen Name hier nicht genannt werden darf. Ah, okay, da schaue ich gleich mal vorbei und erstmal folge ich dir jetzt. Danke, hast du jetzt noch eine Frage?